Jetzt haben wir gedacht, er sagt nix, drücke drauf und dann mhm, okay, ist wof. Wie ist das, machst du das falsch bei so Klaas? Ja, hilft dir nix. Passt schon so. Carbone Jr. Ja, sicher. Also ich hoffe, dass es das überhaupt noch gibt, solange. Weil es jetzt irgendwie gerade eine Zeit auf YouTube, jetzt nicht auf mich bezogen, aber die Geschichte mit Harald, natürlich eine krasse Geschichte. Ich sage, in zehn Jahren, wo es YouTube gibt, dass es dann schon so weit kommt und YouTube ist nicht immer noch freundlich. Wahnsinn. So, wieder da. Servus, Tobi. Welcome back. Ich will wie gesagt, ich hoffe, dass es... Sagt der Leon. Was? Ich sagte, dass Leon sagte, dass ihm heute auch noch Land- und Baummaschinen gefallen. Na, ich bin da, ich kann mich auch eben für die Geräte begeistern. Ich habe halt noch keinen in der Nähe, das ist halt wirklich schade, aber... Ja, ist halt so. Das Barsch auch so. Dafür kann ich El-Ele spielen. Und ein Farm-Experten. Richtig. Immer diese unterschwelligen Botschaften. Wahnsinn. Ja. Dein Lieblingsspiel. Ja. So. Das suchtest du. Genau. Es gibt ja... Oh, ah, schaut das geil aus. So. Was? Ja, das sind wir doch. Farm-Experte. Wie alt der Markus ist. Ganz alt. Hm. Also, wie sag's noch? 27. 27, bist du narrig. Hm. Müssen wir, müssen wir umbenennen hier, das Let's Play. Grand-Pass-Zocken. Großväter auf dem Alter. Keine Oldtimer, aber trotzdem alt. Aber... Wieso gibt's eigentlich kein Klassiker der Landwirtschaft? Das ist schade. Weiß ich nicht. Das ist echt schön. Was würd ich denn grad machen? Was musst du grad machen? Ich hab heut grad noch das allererste... Wie? Ich dresche noch. Mhm. Brav. Du wolltest irgendwas... Ich hab heute das... Die Tiere. Stimmt. Ja. Du hörst die Jünger an. Okay. Er hört sie jünger an, dafür schaut er älter aus. Gleich sie wieder aus. Ach ja, schön. Wie man diese Gehäßigkeiten... Hm. Schön. Ich seh, er hat lange Weile, er tankt mich jetzt ab. Ja, ich bin schon im Traktor gesessen und dann ist mir eingefallen, dass ich die Stroh für die Tiere schauen wollte und das Futter. Und dann haben wir gedacht, jetzt kannst du gleich hier noch fertig abtanken. Haben wir jetzt schon alle gefollowedet. Ich würd mich sehr freuen, wirklich. Aber ich müsst's nicht. Ihr könnt ja wieder de-followern. Wir haben ja in die andere Richtung. Könnten alle wieder de-abonnieren am Kanal. Schau'ma... Schau'ma, ob wir wieder auf null kommen. Jetzt haben wir vier... Dann freut sich die Konkurrenz. Ja. Also jetzt haben wir vier gebraucht, dass wir auf 12.140 oder so kommen. Und jetzt schauen wir, ob wir wieder auf null kommen. Richtig geil. Als du das schaffst, willst du es da? Ah, ich hab einmal 12.000 Abonnenten gehabt. Was ist passiert? Ich hab gesagt, dass ich so neue de-abonnieren. Richtig geil. Ich glaub, Timber Bord schon um Xerian kommt. Der Verte ist Timber. Ja, ist die Frage. Die Hofstunde. So. Damit die Tiere versorgen. Mu. Wir haben wenige Tiere, eventuell wird es sie jetzt hier auch gekommen. Aber das Gute ist, beim LAS verschwinden die Tiere nicht. So wie bei einem anderen Spiel. Die Kühe vor allen Dingen. Die sind da sehr, sehr affin zum Verschwinden. Ich hab das andere Spiel bisher 45 Minuten gespielt. Krass. Sag mein Stim. Ich glaub, ich hab das schon zwei Stunden gespielt. Ich weiß nicht, wie ich auf 45 Minuten komme. Ich glaub, dass die... Ich glaub, dass die Jungs beim tschechischen Mod Team da gar nicht so... Ich glaub, dass die Jungs wirklich, und da einfach nur um die... Um die Verlinkung geht, oder die Erwähnung, weil es einfach... Ja. Alter, fressen die Viecher nix. Ja, komplett. Ich find ja auch, also ich hab die Situation jetzt gut gemeistert. Ich bin jetzt fast anderthalb Meter in den Zorn gefahren und hab einfach... Ich hab einfach so getan, als wär nix. Also das muss ich erstmal... Was ist denn da jetzt los? Achso. Also ich hab das komplett... Ey, wo rennst denn du hin? Ich hab das echt souverän gemeistert. Also kann man... Kann man nicht... Finde ich gut. Sehr schön. Ja. Also andere Spiele, da haben sogar die... Die NPCs, ähm... Kollision. Aber ich nenne keine Namen. Aber hier kann man einfach durch den Zaun durchfahren. Keine Kollision vorhanden. Und einfach... So war man es ignoriert. Und wirklich so taff durchzieht, das ignorieren wie sie macht. Dann kann man das super machen, finde. Wenn sie mal die Platz nicht ausgeht. Und vor allen Dingen, wenn hier... Der Fotodroch im Weg ist, dann kann man ruhig einmal hergehen und einfach mal durch uns anfahren. Ach schön. Es gibt der einzige Job, wo man fürs Blöd reden, die Zahl wird das YouTube, oder? Ja. Eigentlich, je blöd aus man redet, ist mehr Kohle kriegt man. Gut, auf dem Niveau-Bildung leid, aber ich versuch's trotzdem dahin zu gucken. Beständig und konsequent, mit über 3000 Videos. Die vier Mischfoto haben wir eigentlich. Ich bin gerade dabei, dass ich da rüber schaue. Oder beziehungsweise kann ich auch eigentlich abrufen im Interface. Muss dann eigentlich die Silage rein? Weil eigentlich geht auch Silage ins Mischfoto, oder? Genau. Wir haben sage und schreibe... Okay, die sind super versorgt, die haben nur genügend. Ja, die Moderatoren genauso. Stimmt. Aber ich glaube, die sind... Die dürfen nicht frei reden. Glaube. Also, wenn das... Ja, weiß nicht. Kommt mir manchmal schon ein bisschen künstlich vor. Kommt drauf auch auf dem Moderator und am Sender, aber... Ja. Ich glaube, frei reden darfst du auf YouTube. Ich hab auch einen Huhn. Das ist auf 100%. Krass. Ja, aber sie lachen teilweise so komisch. Sie lachen für komplett unlussige Sachen. Ex... Sorry. Extrem viel. Das ist ein bisschen Eigenart. Boah, du hast ja wieder dieses Echo drin. So kam es raus. Geht durchs geschlossene Fenster durch. Wirklich. So. Talar. Ähm, was wollt ihr jetzt schauen? Wie viel... Ich höre das aber gut. Kein Radio. Ich höre jeden Tag Radio, wenn ich in die Arbeit fahre. Ich werde jetzt, glaube ich, noch mal ein paar Anfällen. Ja, kommt sicher auf dem Sender drauf. 100%. Dass manche mehr noch... Ja, manche hören sich ja da auch wie Radio... Wie Werbesendungen nur für im Rad. Und manche hören natürlich nicht. Stimmt, das ist richtig. Ich höre immer die Eierohren. Ja, ich höre immer im falschen Radio. Und da immer vernünftigen Sekunden. Im Gegensatz zum Radio. LOL, Brofels. Ist das draufgekommen, dass... Ich sage, es hat Sollen nur für Twitch-Stand. Ist das Sollen mit Verzögerung ausgestattet worden, dank Twitch. Ihr habt Tollen nur die Verzögerung. Drehen, Oli kommen später drauf oder sehen. Oder Oli aber. Itbox hat Twitch gespawnt. Wirklich, der Xeran ist ja Wahnsinn. Der geht ab, wirklich, der geht ab, wird selbst schon. Haben wir den Ekran irgendwo, wo haben wir den? Muss ich mir den auch noch laden? Na, den haben wir schon im Spiel, glaube ich. Ja, im Spiel ist er. Hä? Echt? Ja, sicher. Schau mal rein in den Shop. 4077 Download-Shop, bist marisch. Xerion? Xerion, ja. Nein, Xerion nicht, in Heckkran. Vor was reden wir der ganzen Zeit? Was? Nein, ich hab nix gesagt. Was? Was haben wir denn Xerion haben wir im Spiel? Nein, Heckkran. Ich hab gefragt, wo wir meine Heckkran stehen haben. Ja, definitiv Profis. Wir finden es auch besser, deswegen bleiben wir da. Es ist fix. Wurscht, wie viele Zuschauer es wir haben, ist mir wurscht. Es interessiert mich nicht mehr. Es hat auch Vorteile, wenn du deine Zuschauer kennst. Ich glaube, mit der Zeit, mit Streamlern werden sie mehr. Ich glaube. Und vor allem nicht, ist es auch wurscht. Es interessiert mich nicht mehr. Solange es nicht nur fünf sind, 15 sind doch top. Es kommen eine neue dazu, das darfst du nicht vergessen. Es sind ein paar Leute, die ich noch nicht so oft gelesen habe, wie der Mittelwächter, der Lila Pilz zum Beispiel. Joker kenne ich auch seit Twitch, den Bronco Pastor. Aber auch vorher, leider noch nicht, wirklich gelesen. Bei Hitbox, vielleicht war ich eh schon da. Weiß ich nicht. Ist eine böse Gman oder so. Aber das sieht mich auch aus. Und wenn die Idioten nicht kommen? Die Idioten kommen nicht darüber, die müssten sich extra einen Counter stellen. Weil der Idioten König nicht da ist. Weil der woanders ist. So, der Baum fällt immer noch links. Und dann testen wir das einmal. Echt? Ist in irgendeinem Kommentar bei mir gestanden. Keine Ahnung, ob es stimmt. Ja, die Verzögerung ist, ich will Livestreamen, ich will das nicht verzögert haben. Das hat mich wirklich, das sterbe furchtbar auf Twitch, das hat mich früher schon gestört. Und es gibt jetzt eine Funktion in der Beta, vor allen Dingen, ist leider noch für Twitch, die die Verzögerung reduziert. Ich habe es immer aktiviert, aber ich habe trotzdem krasse Verzögerung gehabt. Und heute ist wieder ein Starcraft 2 Turnier. Und dann hast du sowieso schon mal die Arschkarte gezogen. Also mich, Partner, sowieso. Und dann ein Ende, wieder Ende. So, was ist denn jetzt mit dir, du blöder Baum, du? Genau, voll gleich wieder am Traktor drauf. Ich hasse dich. Und ich säg es nicht. Na, sägen kann es eh, aber wieso fällt es immer am Traktor drauf? Ich sag ja, ich säg dich nicht um. Ich grins dich nicht gewesen. Irgendwann hat der Kommentar gelogen, muss ich mir dann antworten. Ja, dagegen fahren, ich mochte mich lieben auch nicht, dass man, wo man sägt und dann muss man dagegen fahren, dass er umfällt. Ich weiß, dass das funktioniert. Ich habe die Erfahrung gemacht, muss ich ehrlich gestehen, Lila Pilz. Ich bin ja in der Frenkel-Crew dabei. Als Streamer, Stream tut es auch zwei Mal in der Woche. Wünfter geht es nicht. Aber es tut es an, bei der Streams oder RLS 15 zog ca. 100 bis 120 zu sehr. Geht genauso gut. Also, die, das, 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 ich glaub, da warst du ja auch schon mal dabei. Also das eine Mal, wo ich dabei war, da ging das eigentlich ruhig. Ja, da schreibt nicht jeder. Das ist schon, das ist schon eine Geschichte. Das ist, das ist halt die Frage, ob man, ja. Also ich würde mich schon freuen, natürlich, wenn es, ich sag, letztens, vorgestern, im ersten LLS 15, waren es 3A 50. Zur meisten Zeit, 3A 50 Zuschauer, sicher gefreut mich, wenn es mehr werden. Ist wie auf YouTube, wenn es auf YouTube mehr wird, ist so cool. Blöder wäre es, wenn es gleich bleibt. Weiß ich nicht mehr, bis man es stehen bleibt. Das ist was, was ich schon 100 Mal gesagt habe, wenn es sich was im Kreis dreht. Das ist ein Zuschauer, den ich hasse. So. Geht es heute noch etwas länger? Schauen wir mal. Also übertreiben werden wir es nicht. Ich will wirklich den Streamplan einhalten. Ich muss nur noch einmal schauen, wie viele Millionen Klicks es ich habe auf mein Video. Ob ich jetzt überhaupt noch am Montag in die Arbeit fahren muss oder nicht. Das ist halt die Geschichte. Würdet ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit einem Hobby wirklich Kohle verdienen, würdet ihr das machen oder nicht? Markus. Kommt drauf an. Würdest du dir ein Ölbohrfeld in den Garten erstellen oder nicht? Ja. Ja, das ja. Aber mit Fotografie. Oder der ist mit dem. Vielleicht nebenher. Aber nicht hauptberuflich. Es ist so schwierig, die Entscheidung. Weil es zu unsicher ist. Ja, aber YouTube ist noch jung. Ich sage jetzt mal, das kann ja noch alles werden. Ich habe jetzt das Glück, dass ich wie gesagt einen geilen, festen Job habe. So ist es nicht. Ist auch nicht die Überlegung, ob ich das hauptberuflich mache. Oder was ist denn da kaputt? Hey, spring doch mal rein, bitte, in den Glas. In den Case. Ja. Was denn? Was ist denn da kaputt? Wo? Wo? Bestehbar. Bestehbar. Blubalous, ja. Bestehbar. Da vorn. Gehört das so? Was? Unten, wo du es anhängst. Soll das nicht gerade sein? Nee, das kannst du drehen. Was kann man drehen? Das kannst du irgendwie so, äh... Ah, das ist verstellbar, die Deichsel. Ja. Ach so, na dann. Alles gut. Alles okay. Wie kann man den drehen? Äh... Ich glaube, mit der einem, äh... Das rechte oder linke Maustaste. Geben, ne? Und ich glaube, auf dem Gamepad ist es, äh... Ah, Gamepad. Der, der Linke. Na? Oder der Linke mit oben links? Nee, du musst auf dem Stieber sein. Ach so. Du hast ihn ja auch mit der Kettensäge bearbeitet, okay? Äh, das war ein Abo-Talk. Ah. Ui, das ist geil. Mittelwächter, danke schon fürs Followern. Ah, wie juckt die Nase. Und es gäbe... Was ist denn der Abo-Talk? Der Abo-Talk, da ist darum gegangen, dass alle Subscriber mitreden dürfen. Ach so. Die Geschichte war, dass dann nur Demone geredet hat. Oh, Timer. Ende im Gelände. Ja. Ja. Ich bin ja schon...